Wo sind seine Nippel? Irgendeiner, der seinen Glauben verloren hat. Ah, schön. Ah, vielleicht. Hm. Oh stimmt, das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Da ist eine. Okay. Da ist die nächste. Der ist ganz schön assi zu uns. Warum schlägst du schon wieder, machst du schon wieder Handstand? Ah ne. Lest das mal eben kurz. Was ist das? Das letzte Sermon hier. Was sagt das? Der Vicar ist schwer zu verstehen in der Sprache. Ja, wenn man nur eine Kirche hat, ne? Ja, das glaube ich auch. Ja, die waren ja auch alle verwandt. Schwester, Schwester, Bruder, Bruder, ne? Aber was ist denn passiert? Wenn der Unfall in der... Warte mal. Der Unfall war ja erst nachdem er gegangen ist, das heißt der Streit entstand ja schon davor. Okay. 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 Hm. 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 So. Dann lesen wir schnell nochmal das, was da war. Vielleicht hätten wir das auch gerade eben schon lesen sollen. Als wir die Seite hier gefunden haben. Aber ich dachte... Ich suche erstmal die Seiten zusammen, aber dann gucke ich doch mal, was hier steht. Ach, ist die Bibel? Detailliert, ne? Muss man mal sagen. Bei hart. Ja, same, Alter. Mich ist auch überrascht. Ist so. Okay. Du hattest doch auch noch ne Seite gefunden, oder? Okay. Ähm. Ja. Genau. Aber wir dürfen sie aufheben. Was eventuell ein Zeichen dafür ist, dass es sie nicht gibt. Ich sag's nur, just saying, wenn ich am Ende recht hab. Nein, ich möchte erst noch an dem Seil ziehen. Nein, ich möchte erst noch an dem Seil ziehen. Ja. Aber es gab niemanden hier. Du hast keine jemanden gesehen, oder? Nein. Keine jemanden. Ghosts. Ich sag's euch. Es sind Ghosts. Also, was hat sich mit der Hunchback von Grovik passiert? Sie müssen noch hier sein. Es gibt nur ein Exit. Vielleicht war es der Wind. Die Kirche ist zu schwer. Es kann nicht der Wind. Ich meine... Ich weiß nicht. Vielleicht war es der Wind. Es gab niemanden hier. Ach, Mist. Falsch. Sorry. Dann dachte ich, das wär hier. Das war hier. Wisst ihr, ich meine, sie hat die Seite nicht aufgehoben und gesagt, sie lässt sie für uns liegen. Was für mich halt einfach wieder nur ein Indiz dafür ist, dass sie vielleicht nur in unserem Kopf ist. Und deswegen die Seiten auch nicht aufheben kann. Das Buch geht um Jahre zurück. Es legt die Erinnerung und die Erinnerung. Hier ist der dritte Fretland-Bruder. Der, der in der Kaffee sterb. Das Buch, eine Bandspfuch. Wer hat die Bandspfuch gegeben. Der, der in der Kaffee abgedeckt hat. Vielleicht ziemlich kurz. Die Bandspfuch. Was das bedeutet, wieder? Die Kirche. Die Kirche ist alles. Die Kirche ist, ja okay. Nicht nur die Männer, die in der Kaffee sterben, aber... anderen Todes, in den letzten 20 Jahren. Die Rutsche und die Bandspfuch haben beide die Kirche bezeichnet. Was glaube ich, das bedeutet? Ich weiß nicht. Es gab nicht viele Bandspfuch. Vielleicht haben sie das auch an die Kirche. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Schau mal. Ruth, Elsa Fretlund. Sie war in der Cemetery. Und die nächste Entrie, Simon Fretlund. Jetzt, das ist interessant. Simon ist tot? Oh, das ist schrecklich. Er ist tot. Der Tag, nach dem Ruth zu sterben. Wahrscheinlich kein Verrug. Er ist ein Verrug. Er ist ein Verrug. Wer hat ihn gebetet? Er ist ein Vater? Oder die Brüder, die in der Kastung verbringten? Das sagt nicht. Nach den Kindern... ...ein halbziger Todes in eine Woche. Die Verrug. Es ist die Grund für jede Verrug. Vielleicht gab es eine Verrug. Eine Verrug. Aber etwas verändert. Nach Ruth und Simon. Das könnte erklären, warum es niemanden gibt. Edward, wenn es alle töten hat, wie ist das nicht eine Kurs? Wie schon in dem Buch eben stand. Was sagt Edward? Nähe an diesen Namen am Boden. Für... Für einen... Traitor. Traitor. Wie in dem Buch schon eben stand. Vielleicht war auch der Fluch, den die Leute... ...befürchtet haben. Äh, vielleicht war der Fluch, den die Leute... ...befürchtet haben, die Leute selber. So wollte ich sagen. Ja. Ja. Das ist nicht Betty. Aber Betty ist immer noch lebend. Wo ist sie? Ah, ok. Teddy? Woher gehst du? Don't leave me! Edward! You better not be here, Betty. I'll never forgive you. Where is it? I don't see it. You don't look the same. Ah, das ist das Problem, ne? Hier, da ist die Schaufel. It's... Unmarked. What are you doing? Have you gone completely mad? Zwei Optionen, entweder... Drei Optionen, entweder Betty ist drin, wir selber sind drin oder sie ist drin. Also Alice. Das ist ja, wie ich mein. Wenn da alles... Wenn da alles sein, aber... Thank... God. It's not her. It's not Betty, it's... It's not her. Oh, Edward. What have you done? I... It's not Elizabeth, I thought. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister like that. Or what? Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing her. When are you going to do something useful with what's left of it? Oh, that's what I was going to do. Quiet! Just... Leave me be! Fine. Lucy? Alice? Ja Leute, jetzt kann ich es euch erzählen. Ich habe das Spiel geschrieben, die Story, ich habe sie mir ausgedacht. Ich wusste es einfach. Und jetzt mal ganz ehrlich, Könnten doch wir ohne Brille sein, oder? Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt, sie ist nicht echt. Und ich habe inzwischen noch die Befürchtung, dass wir vielleicht hier mit der ganzen Sache doch mehr zu tun haben, als wir glauben. Oder als wir aktuell wissen. Und warum sind jetzt hier auf einmal... Ach ne, ich dachte, die Wege wären versperrt. Okay, sind sie nicht. Gehen wir zurück runter ins Dorf, oder? Da ist sie wieder. Ach ja, immer sind wir die Psychos. Die führt uns jetzt in die Mine. Ich kann mich nicht für... Ich kann mich für nichts entscheiden. Natürlich warst du es. Alles ist immer über Betty. Betty, Betty. Ich liebe dich beide. Bis es wirklich wichtig ist. Dann ist es klar, wer mehr wichtig ist. Ich dachte, sie war tot. Ich wünsche, sie war. Nein. Du wirst alleine sein. Hm, wir gehen zum Haus zurück, oder? Wo führt sie uns hin? Ich habe das Gefühl, sie führt uns irgendwo hin. Bitte, sprich mit mir. Was ist da, was zu sprechen? Du kannst mich nicht wegwerfen. Ich kann mich... Du denkst, dass du mich selbst? Dass du mich kontrollierst? Dass du mich selbst entscheiden kannst? Dass du dich entscheiden kannst, wie ich fühle und was ich mache, jedes minuten, jedes Tag. Dass ich dein Puppet, dein kleines Spiel. Was? Na, schau dir, Edward Charles Harden. Ich hätte niemals hier mit dir kommen, auf diesem... Punktlösen Schaden. Jetzt? Sei rechtlich. Was sie? Alice? Nein. 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 Was hast du gemacht? Das, was ich schon seit Jahren gemacht habe. Vielleicht hast du jetzt gelernt. Vielleicht hast du uns gewusst. Jetzt hörst du mich. Bitte hörst du mich. Hörst du mich. Hörst du mich. Du kannst du das mit mir. Ich brauche dich. Ich bin nicht tot, ohne dich. Ich kann nicht verlieren. Ich kann nicht leben, ohne dich. Nein. 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 Oh, Alice. Was hast du gemacht? Bitte, sei alles gut. Bitte, nicht... Nein. 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 Ich bin noch weg sozusagen. Wir sind die Möglichkeit. Wir sind da. Wir sind schon mit uns. Wir sind hier. Wir sind im fünfzen, und wir sind uns immer nicht alleine. Nein. Wir sind da. Wir sind hier. Wir sind hier,dr scene. Wir habenn, sprite. dich nicht so alone. Wir sind nicht genau. Untertitelung des ZDF, 2020